Von Neussach Seefrieden bis zur kleinen Steinwand. Pfarrt zwischen Ronacher Fels und kleiner Steinwand. Untertitelung des ZDF, 2020 Ein netter Rastplatz bei einem umgestürzten Baum im Wasser. Von der kleinen Steinwand bis zum Seeostende. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Rückfahrt vom Gasthaus Dolomitenblick bis zur kleinen Steinwand. Blick auf das Strandbad am Ostende. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Von der Schiffsanlegestelle kleine Steinwand bis Neusach Seefrieden. Aussichtsplattform am Uferweg. Aussichtsplattform am Uferweg. Übersetzen von Peter Zipf zum Ronacher Fels. Übersetzen von Peter Zipf zum Ronacher Fels. »Tabit von Peter Zipf zum Ronacher Fels.« »Tabit von Peter Zipf.« »Tabit von Peter Zipf.« Untertitelung des ZDF, 2020